Die sich ihr angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich in Kassel-Roten-Lipmold. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 46 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 380 Euro. Wohntraum Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen. Das ist die Anglösung. Das ist die Verwohnung. Entfernen Sie das Gute. Das ist die Verwohnung. Das ist die Verwohnung. Untertitelung des ZDF, 2020